Guten Tag und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, irgendwo im Nirgendwo. Wir sind hier immer noch in der Wüste, in den Badlands, allerdings mit den Aldecaldos zusammen umgezogen. Wir sind in der letzten Folge von Cyberpunk zusammengesackt, als wir mit Panam gerade ein Bier trinken wollten, weil wir die Typis mit dem Militech-Panzer-Flugdingens erfolgreich besiegt hatten. Panam ist befördert worden. Sie ist jetzt Mitanführerin der Aldecaldos neben Saul. Saul hat sich irgendwie bekrabbelt anscheinend und hat das Gute in ihm entdeckt, so nach dem Motto, und ist vernünftig geworden. Und wir haben das Angebot bekommen, hier zu bleiben, haben allerdings erst mal gesagt, da später vielleicht, jetzt momentan können wir das noch nicht. Und Pan hat gefragt, ob sie mit uns kommen kann, auf weiteren Missionen, durch die Lände, Lande, Paul Landers. Ja, und hier sind wir. Wie gesagt, neuer Stützpunkt. Folge Panam. Wir müssen gleich nochmal ausprobieren. Wir müssen gleich nochmal ausprobieren, ob wir vielleicht diese eine Waffe, die wir momentan haben, mit 500 irgendwas schaden, ob wir die wegen des Levels, was wir haben, nicht auswählen können, weil wir noch unterlevelt sind, oder weil es einfach gar nicht geht, weil wir noch in der Mission sind. Wie? Nochmal wegen vorhin? Ja. Ich will nicht mal so tun, als hätte ich's verstanden. Wird ne Weile brauchen. Aber im Ernst, wie kann ich helfen? Ganz ehrlich? Kein Plan. Aber es muss doch etwas, jemanden geben, der... Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Du findest einen Weg. Und wenn's soweit ist, helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Danke für alles, dass du für mich da bist. Das konnte man uns jetzt nicht... Konnte man uns nicht entgehen lassen. Pass auf dich auf. Und sag Bescheid, Vin. Lass mal von dir. Lass mal von dir hören, okay? Ach Mensch. Ich freu mich für wie. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass das mit Panam jetzt doch noch gut geklappt hat. Unser Schatzü. Sozusagen. Ach ja. Am Anfang des Let's Plays, als wir Panam ja noch gar nicht kannten und erst nur Judy kannten tatsächlich. Über Evelyn damals ja kennengelernt in den ersten paar Folgen oder so. Da dachte ich noch, okay, das könnte was werden zwischen den beiden. Aber jetzt hat sich dann doch irgendwie entwickelt, dass es Panam ist. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Für wie natürlich nur. Na, ist ja klar. Die guten alten Zeiten vor wenigen Monaten, als man dich saufen lassen konnte. Ach so. Du meinst über Twitch und so. Ja, das habe ich aber auch nur für ein oder zwei Sessions gehabt. Und von Tomb Raider 1 damals noch. Und dann habe ich das rausgenommen. Weil das war mir dann doch ein bisschen zu spielflussbremsend. Ehrlich gesagt. Deswegen. Nehmt es mir bitte nicht übel. Ich fand es ganz lustig. Das war jetzt nicht das Problem. Aber ja. So. Jetzt gucken wir nochmal. Also und zwar. Ne, wir sind nichts. Ach guck mal, jetzt können wir es. Geil. Das heißt hier. 40, 43, 43. Dann kommst du. Muss ich denn eigentlich die Mods aus alten Waffen immer wieder rausnehmen? Oder haben wir die dann automatisch wieder zur Verfügung, wenn wir die woanders einsetzen wollen? Und können das dann einfach umkonfigurieren? Das ist noch nicht so ganz das, was ich jetzt gerade. Okay. Interessant. So, gucken wir mal hier. Plus 31 Reichweite ist natürlich geil. Kann man das, wie mache ich das denn fallen lassen? Ne. Hm. Kann man Mods, kann man die irgendwie wieder entfernen? Geht das? Geht das? Geht das? Du kannst hier nicht ausbauen. Also ich wüsste nicht wie. Schade. Ja, aber es wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Weil dann hätte man nicht mehr wirklich den Anreiz neue zu finden oder so. Oder neu finden zu müssen, zu wollen, neu kaufen zu wollen, wie auch immer. Blablub ne. Aber. Schade. Na ja, gut. Trotzdem ne geile Knarre. Wir haben jetzt lange Zeit den Revolver von Johnny gehabt. Cool. Und der hat uns auch echt gute Dienste erwiesen. Ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang des Let's Plays davon richtig geflasht war. Und ich bin es eigentlich auch immer noch. Aber. Das hier hat Spaß gemacht, muss ich sagen. In dem Militech Ding hier. Um zu düsen. Ist das lustig? Kann. Ne. Ich darf hier aber auch gerade nicht. Ich darf hier nicht scannen gerade, interessanterweise. Warum nicht? Hm. Nö, irgendwie nicht. Egal. Äh, ich würde sagen. Wir gucken mal. Beate bis Nancy. Julius Apartment. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? 19 Uhr 17. Ich würde sagen, wir fahren. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir grasen mal diese ganzen Sachen ab. Übrigens. Ich weiß. Das hier. Da so. Hm. Zeit für unser letztes Treffen. Ich schieb das schon seit gefühlt 10 Sessions vor mir her. Ja. Ja. Aber. Das machen wir auch noch irgendwann. Natürlich. Ne. Macht euch da keine Sorgen. Ich möchte nur erstmal noch hier ein paar Sachen abarbeiten. Ähm. Sicherlich nicht alles. Weil da sind auch viele Sachen dabei, wo ich nicht so Interesse dran hab. Es gibt hier zum Beispiel dieses eine. Ähm. Das kann man zwar machen. Aber das ist. Ja. Hier. Beat on the bread zum Beispiel. Diese ganzen Faustkampf Sachen. Die interessieren mich nicht so wirklich. Äh. Das ganze Autogedöns. Also Autos kaufen und so. Juckt mich nicht so wirklich. Ehrlich gesagt. Sehe ich nicht so viel Sinn drin. Warum wir das machen sollten. Machen müssen. Kann man alles machen. Das tut alles nicht weh natürlich. Wir haben ja auch das Geld mittlerweile. Das ist die finale Mission. Jeder lässt die liegen. Es ist so. Es ist einfach so. Aber müsste denn dann nicht. Ich dachte dann käme hier auch noch so eine. Warte mal. Äh. Wir wissen schon lange, dass dieser Moment kommen würde. Wenn uns nicht beides einfällt, dann stirbst du und ich mit dir. Zeit für unser letztes Treffen. Ähm. Ich hätte gedacht, da käme jetzt noch so eine Art Warnung von wegen. Äh. Ab hier gibt's kein Zurück mehr. So nach dem Motto. Dass man wirklich alles andere vorher machen soll. Äh. Ich hatte zwar gehört, dass die. Ähm. Ähm. Tapeworm hieß die davor. Äh. Dass das die vorletzte war. Aber. Ja. Was jetzt hier. Ich bin mal gespannt. Deswegen. Ich hab jetzt in den letzten Sessions immer nur. Nur in Anführungszeichen die Nebenmissionen gemacht. Da werden wir jetzt auch noch ein bisschen dranbleiben. Aber. Natürlich. Das bald. Und was mich halt ein bisschen wundert. Dafür, dass es die letzte Mission ist. Bedrohung sehr niedrig. Ich mein bis jetzt ist es ja nur ein Treffen. Aber. Hm. Schauen wir einfach mal. Ich lass uns. Wir lassen uns überraschen. Hm. Wir fahren jetzt mal zu Judy. Würde ich sagen. Wo ist denn? Ist das mein Porsche? Ist das ne? Ne. Wo ist denn hier? Warte mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Apartment. Dein Zuhause in Night City. Ja. Ich glaube nicht. Also ja. Irgendwo schon. Aber nein. Ähm. Was ist denn wenn ich jetzt einfach. Mich nach links drehe. Einfach jetzt nach links. Und dann. so. Dahin. Darauf zulaufe. Das machen wir mal. Ja. Die gibt es vor Ort. Also die Warnung. Das sind mehrere nacheinander. Da gibt es durchaus einige Tode die auf dich zukommen. Okay. Ich bin jetzt erstmal raus. Dir noch viel Spaß. Ja. Vielen lieben Dank dass du wieder eingeschaltet hast. Hat mich gefreut dich mal wieder im Chat begrüßen zu dürfen. Mein Guter. Ähm. Hoffe es hat dir Spaß gemacht. Und äh. Ja. Ja. Okay. Das geht dann doch nicht. Soll das umdrehen. Ja. Wohin denn? Da so? Okay. Interessant. Vor allem da draußen gibt es nichts für dich noch nicht. Hm. DLC incoming. Ich meine da wurde ja schon drüber gesprochen. Und so ist jetzt keine neue Information an sich. Dass da wohl noch was kommen soll. Und kann. Ich glaube CD Projekt Red haben zum jetzigen Zeitpunkt immer noch sehr zu kämpfen mit dem gehackt worden sein. Was sie ja erlitten haben vor ich glaube drei vier Wochen. Ähm. Ja. Das tut mir auch nach wie vor echt für die Leid muss ich sagen. Weil. Wie gesagt. Man muss nicht Leute in Schutz nehmen natürlich. Die auch keine guten Entscheidungen oder keine sinnvollen Entscheidungen getroffen haben. Und wirklich große Fehler begangen haben. Was die ganze Veröffentlichung des Spiels anging. Da haben wir ja auch schon. Ab und zu mal im Laufe des Let's Plays drüber gesprochen. Oder ist zumindest angerissen. Aber das heißt ja nicht. Oder das rechtfertigt natürlich nicht im geringsten. Irgendwie sowas einem Unternehmen. Einem Entwicklerteam anzutun. Deswegen. Kein Verständnis für. Echt nicht. Ja wo ist denn. Komme ich hier auch mal wieder irgendwo auf eine Straße oder so. Ja. Nein. Genau andersrum. Also. So. So. Okay. Ja. Dann können wir jetzt erstmal eine Weile durch die Wüste laufen. Beziehungsweise. Am sinnvollsten wäre es glaube ich ins Lager zurück. Und eine Schnellreise ausnahmsweise mal zu machen. Ich glaube das wäre am einfachsten. Machen wir glaube ich auch. Aber ja. Äh. Da vorne ist es glaube ich. Sehr interessante Mission. Beziehungsweise hier ist es. Tobi. Schönen guten Abend. Der lurkende Mod. Also wirklich. Das ist eine Arbeitsmoral da. Was geht mein Guter. Genau. Hattest du dich eigentlich jetzt letztens da. Habt Alina und du. Habt ihr euch da irgendwie sehen können. Äh. Vor. Müsst jetzt auch scheiße. 2-3 Wochen her. Oder so. Hat das geklappt. So. Ja. Uch. Ach. Saul. Hi. Wir können später reden. Jojo. Machen wir auch. Genau. Hier hat man aufgehört. Ähm. Willst du was? Einer dieser Tage. Also besser hätte ich nicht drauf reagieren können. So. Wie gesagt ausnahmsweise machen wir das jetzt mal. Weil das wird alles andere wird glaube ich ein bisschen sehr lange dauern. Äh. Und zwar. Möchte ich hier hin. So. Reisen wir mal da ein. Das ist glaube ich jetzt irgendwie das dritte oder vierte Mal erst. In knapp 200 Folgen. Wir sind übrigens kurz davor. Das müssten jetzt die letzten. Ich weiß nicht. Folge 100. 96, 97, 98. In dem Bereich müssten wir jetzt gerade sein. Also ich glaube Folge 200 schaffen wir heute nicht mehr. Ehrlich gesagt. Wenn dann knapp. Aber. Auf spätestens nächste Session dann. Oh. Und ich freue mich auch schon. Wenn ich das Let's Play durch habe. Ähm. Ähm. Auch andere Let's Plays. Hiervon gucken zu können. Weil ich mich natürlich bisher immer zurückgehalten habe. Weil ich mich nicht spoilern wollte und so ne. Also ich habe zum Beispiel. das Let's Play vom lieben Kollegen Gronkh. Was ich auf jeden Fall gucken möchte. Und auch zum Beispiel das Let's Play von Co Carnage. Amerikanischer Streamer Kollege. Zumal das auch geil ist. Weil das passt sehr gut. Weil ich glaube Gronkh hat als Street Kid gespielt. Und Co Carnage als Konzerne. Also. Könnte ich wirklich beides mitnehmen. Und Co Carnage hat glaube ich auch ein 100% Run gemacht. Tatsächlich. Er hat alles mitgenommen. Das ist so. So ein King von ihm. Wenn es um Spiele geht und sowas. Deswegen voll cool. So. Dann mal ab zu Judea. Achso. Eins höher. Hier wohnt sie ja. Genau. Hi. Kennen wir uns. Tom. Wir sind in der Küche. Ist Judy auch fündig geworden? Oder wie? Nee doch nicht. Da bist du ja. Sehr gut. Setz dich. Hi. Das ist Roxanne. Sie arbeitet unter den E-Betten im Clouds. Hallo. You don't have to put on the red lights. Ahja. Entschuldigung. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne. You don't have to wear the dress tonight. You don't have to wear the dress tonight. Or the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne. Entschuldigung. Schön dich kennenzulernen. Hey. Schön dich kennenzulernen. Mhm. Erstmal mit dir quatschen. Autopilot. Ich denk nicht. Ich handel nur. Klingt sinnvoll. Hm. Also. Wie lautet der Plan? Warten auf Maiko. Ach. Maiko macht das Würstchen. Hier die Alte. Die braue ich unbedingt. Ach. Ach. Den Leichengestank wirst du nie wieder los. Du machst doch viele kalt, oder? Was ist dein Geheimnis? Hm. Ist dieser unvergleichliche Feinsinn angeboren? Oh ja. Und trotzdem feile ich ständig daran herum. Übrigens. Forest ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Oder gestern. Ich glaub die ziehen mir ab und zu mal so ein bisschen auf. Der kommt nicht wieder. Warum? Muss ich dir kaum erklären. Ich? Ich weiß von nichts. Merkt ihr das? Seid ihr zwei bald fertig? Die Revolution plant sich nicht von selbst. Es macht Spaß die aufzuziehen die Alte. Ich mag die nicht. Ich hab den Verhaltenschip so modifiziert, dass er Puppen ein Motorreflexsystem verpasst. Macht aus jeder Puppe einen knallharten 1A-Solo-Kämpfer. Faszinierend, oder? Was man alles beim Tunen vorgetäuschter Orgasmen für die Mox lernt. Geh damit bitte raus. Hier drin wird nicht geraucht. Kannst ja später lüften. Pff. Ey. Egal. Brauch ich halt am Fenster. Truse, ey. Schon mal was von Manilen gehört und so. Der Körper reagiert als wäre er perfekt auf Bewegungsabfolgen trainiert. Ich hab's schon an Tom getestet. Die Chip-Impulse ersetzen jegliche natürlichen Reflexe und versetzen den Benutzer in einen Cyberpsychose-ähnlichen Zustand. Aber im Grunde ist es dasselbe, wie wenn wir uns für einen Kunden aktivieren. Okay. Solos beherrschen mehr als nur Bewegungsabfolgen. Da laufen mehrere Dinge in Millisekunden ab. Logistik. Entscheidungen. Geht nur mit jahrelanger Übung. Ich wette, die wird dein Chip kaum ersetzen können. Stimmt. Aber was besseres fällt mir nicht ein. Die Alternative wäre intensives Training, aber die Zeit haben wir nicht. Hm. Wie bist du nur darauf gekommen? Hab gelernt, wie im Cloud die Chips funktionieren. Sie kamen mir schon immer leicht modifizierbar vor. War eher überrascht, dass ich nicht schon in Maikos Büro die Idee hatte. Dein Glück bei all den Kameras und Mikros im Cloud. Die Tiger Claws würden solche Chips eher mit Schraubenziehern aus den Puppen holen, als solche Ideen zuzulassen. Jede Tag hat Nebenwirkungen. Das ist nicht neu. Sag schon, was kann passieren? Der Kampfmodus schaltet sich bei Gefahr automatisch ein und kann nicht deaktiviert werden. Das kann ich noch nicht umgehen. Das ist alles? Weiß nicht. Sicher kann man nur sein, wenn man monatelang mit vielen Leuten testet. Und es gibt ein ethisches Problem. Man könnte jemanden umbringen, ohne sich zu erinnern. Okay. Das will ich sehen. Huh. Endlich spricht's jemand aus. Tom? Das habe ich aus einer Kung Fu Trainings Virtu. What? Äh... Ich geb's zu. Das war cool. Vielleicht für den Marktplatz in Kabuki. Nein, bevor wir ernsthaft übers Geschäft reden, will ich was Handfestes. Das war die